Kennt ihr irgendein Seemannslied? Lasst uns singen. Warte mal. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ja, der legt sich ab hier. Und noch ein bisschen dazu tanzen. Falsches Lied. Das ist ein gutes Lied. Gefällt mir. Oh, scheiße. Ich hab den Sprung verpasst. Das Lied ist geil. Das kommt in meine Playlist. Ich tanze noch ein bisschen. Oh, ich kann sogar eine Quest abgeben hier. Let's go. Das ist ja ein richtig guter Launelied hier. Oh, ich weiß nicht. So, jetzt kommen wir mal das Lied, was der Kollege hier vorgeschlagen hat. Besser das. Das kommt aus Lazy Town. Ja? Keine Ahnung. Das kann nicht sein, da werden Brüste gezeigt. Das kommt sicher nicht von Lazy Town. 18 Millionen Aufruf hat das Lied. You are a pirate. You are hard. Wind, Deter, Backlads, wherever you go. Blue sky above and blue ocean below. You are a pirate. Ha, 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 ha. You are a pirate. What the fuck? Ja, aber da in dem Video, was er mir geschickt hat, der Kollege, da siehst du zensierte Brüste, Riesenhupen. Äh, solche Sachen. Ja, bitte was? Ja, hast richtig gehört. Ha. Habt doch solche Musik mitten in der Aufnahme für YouTube. Tobi, ich bin gerade noch am vier YouTube-Bomben aufnehmen. Ha. Weißt du, was komisch ist? Ich habe hier nur eine einzige Quest bekommen. Zensieren. Ne. Ne. Loan, und die Quest, die ich bekommen habe, ist für eine Dungeon. Black Fatum Tiefe. Das heißt, ihr habt keine einzige Quest hier. Das ist dann schon ein bisschen scheiße. Wenn ich keine einzige Quest hier habe. Dann bringt mir das ja wirklich nicht so viel. Alles nur für die Gilde. Ja, hallo, YouTube hat mehr Priorität. Muss für YouTube spannend sein. Alter, wo holt der sich was zu trinken? Muss der doch erstmal noch in den Supermarkt gehen, oder was? Ja, machen wir mal jetzt. Aber was mache ich jetzt? Ich will Quests. Genio, ich habe keine einzige Quest hier zu machen. Das ist scheiße. Ich will auch Quests. Keine einzige Quest kann ich hier annehmen. Aber Hauptsache in Teldrassil kann ich Quests annehmen. Drei Stück. Also ich habe eine Quest bekommen, aber die ist für die Dungeon Black Fatum Tiefe. Wo auch immer das ist. Keine Ahnung. Hör auf, beschäftigt zu sein. Wo denn? Eschenthal am Strand ab 26. Ja, aber wir sind an der Dunkelküste. Verderbter Hirnstamm. Das zeigt mir an, das ist eine Dungeon. Aber das ist ja gar keine Dungeon Quest, oder? Das ist Black Phantom Tiefen. Ja, aber das ist... Ist das eine Dungeon? I don't know. Ich habe keine Ahnung. So, wir warten jetzt noch auf den Xaxion. Muss auch ein ganzes Gold ausgeben, ey. Bist du in dem Menü, oder hast du die Questliste voll? Ne, gar nichts. Siehst du doch im Stream. Hey, Stream gucken. Wieso, was willst du? Quests teilen, oder was? Oder was willst du machen? Ich habe irgendwie Hunger. Oh, ich will nichts mehr essen heute. Was abnehmen. So, ja, das ist ein sehr, sehr spannendes YouTube-Video. Wir machen einfach nichts. Muss auch mal sein. Ich darf mal ein bisschen rum. Aber Quests hat es hier nicht. Was mache ich denn hier? Was sind denn hier die Mobs für Level? Level 12. Das gibt mir ja nicht mal EP. Guck mal, der ist sogar tot, bevor er bei mir ankommt. Wenn ich teilen will mit dir, wird erst gesagt, wird geteilt und dann bist du, du bist beschäftigt. Aber ich bin ja nicht beschäftigt. Ich bin ja auf online. Und ich mache ja nichts. Gibt es hier eigentlich einen Flugpunkt irgendwo? Kann ich den noch annehmen? Flugpunkt, Flugpunkt, wo ist er? Ah, da oben. Kann ich irgendwo hinfliegen? Ich könnte nach Terramor fliegen und nach Ashenvale. Ja, ich kann, ich habe immer noch keine Quests hier. Ist ein bisschen belastend. In Ashenthal hätte ich Quests. Ja, was machen wir jetzt? Ich will auch Quests. Saxion, teile mal Quests mit mir, wenn du hast. Bald sind wir Ashenthal. Ja, mit welchem Level kannst du denn Ashenthal gehen? Also ich bin noch maximal viereinhalb Stunden online bis 22 Uhr. 20? Acht Level musst du machen. Ja, da sind wir ja heute noch. Oh, guck mal, er kann eine Quest teilen. Ja. Geil. Ich habe eine Quest. Halleluja. So, jetzt muss ich eigentlich pissen gehen. Ich folge dir kurz, Saxion. Ich bin zwar mitten in der YouTube-Aufnahme. Ah, scheiße, geil. Ich gehe nachher pissen. Wenigstens die YouTube-Aufnahme richtig fertig machen. Hast du noch mehr Quests? Ich will mehr. Ich habe noch Platz für fünf im Log. Guck mal, eine Gildenlose. Habe ich die schon angeschrieben? Na dann, schreibe ich sie jetzt an. Was macht ihr denn? Auf was wartet ihr? Ich dachte, ihr seid mir am hinterherlaufen, aber das war mein Leerwandler. Ich bin mir da richtig durch den Kopf heute. Ich glaube, morgen werde ich es wahrscheinlich sogar schaffen, zwölf Stunden zu streamen. Weil ich wirklich keinen einzigen Termin habe. Oh, guck mal, noch eine Quest. Oh! Geil, dankeschön. Oh, das ist aber eine andere Richtung. Das ist eine Level-12-Quest. Sucht sieben hochgeborenen Relikte. Ich muss das jetzt erstmal aktivieren hier. Scheiß Mücke. Da pisse ich. Oh, das ist sogar eine coole Schildhand. Sehr geil. Dankeschön. Habe ich wenigstens ein paar Quests. So. Also. Ich laufe jetzt einfach hinterher. Weiß nicht, wo ihr hinwollt. Was wollt ihr das abgeben da? Bash al-Aran. Was wollt ihr das abgeben? Kann ich noch Machtwort sehen? Oh, ne. Ja. Ne. Ist gut. Ich wollte fragen, kann ich noch Machtwort Seelenstärke haben. Ja. Fast. Könnte klappen. Könnte klappen. Was ist denn das? Müssen wir die töten? Boah, 152er Crit. Das ist mein Gebiet. Hier kann ich endlich mal glänzen als Damage Dealer. In meinem Zauberstab. Hildenlose. Boah, 70 EP. Geil. Beschafft für Astero in Bash al-Aran acht Grellohrringe. Und wo kriegen wir die? Von den Dingern hier? Von den Grimlings oder von was? Guck mal, sogar an der Dunkelküste schlage ich zu. Ey, wieso laufen die jetzt alle weg? Ich glaube, es ist unnötig, wenn ich den Spell benutze. Ich mach einfach alles mit dem Zauberstab. Du scheiß Mücke, Mann. Stirb. Leute, wollen wir die, die gerade der Gilder beigetreten ist, mitnehmen? Die hat auch die Quest mit den Ohrringen offen. Kann ich noch nicht wirken. Ich glaube, die haben den Stream gemutet. Du bist der Chef. Ja, ne, ich frage euch. Wenn ihr keinen Bock habt, dann müssen wir sie nicht mitnehmen. Also, ich hab nix dagegen, aber die Frage ist, habt ihr was dagegen? Wir wollen ja freundlich sein. Also. Komm, ich lad sie ein für die Quest. Was hatten die für ein Level? 13. Hauptsache, der Krieger mit dem Bogen läuft. Das ist ne Truhe. Wollen wir drum rollen? Weil sie kriegt? 34. Lädt mich am Arsch. Wo sind die andere jetzt hin? Machen wir sie die Quest nicht machen mit uns? Hä? Die Priesterin, was wollten die mit nem Schwert? Ah, schön, die haben wir jetzt bekommen. Ja, kann es besser brauchen. Auch wenn es Willenskraft drauf hat. Scheißegal. Kann ich noch nicht wirken. Spannende Quests hier. Guck mal, das ist ja was für den Jinryu. Oder für die Malia. Aber die kann das ja gar nicht brauchen. Okay. Und wieso hat er jetzt nix gemacht? Auch geil. Aber schieß doch mit deinem blöden Sauberstab hier. Hä? Du machst das jetzt nicht mehr ständig. Hast du jetzt die Tunika bekommen? Ah. Gut. Mach einfach alles mit dem Zauberstab. Äh. Ich hab erst einen einzigen Ring. Zwei. Ich mach jetzt beim Leerwandler, er soll einfach alles angreifen, was er sieht. Bei diesen Low-Level-Spackos ist das eh kein Problem. Komm, greif an, du blöde Leerwandler. Zeig, was du kannst. Er kann nichts. Oh, ne, Leute, da ist er immer noch auf defensiv. Aggressiv. So. Jetzt greift er alles an, was ich auch angreife. Ach, guck mal. Geht direkt zum Nächsten. Zack. Jetzt greift er alles an, was er sieht. So ist richtig. So muss es sein. Mach alles kaputt. Oh, da kann ich noch was looten. Lol, jetzt konnte ich es looten und es ist weggegangen. Vor meinen Augen. Leck mich doch. Mann, ey. Hoppala. Jetzt läuft es langsam mit den Ohrringen. Guck mal, zack, schon der fünfte. Scheiße, jetzt greift der Leerwandler wirklich alles an. Ich mach ihn wieder auf passiv. Weil da die Boomars muss er jetzt nicht unbedingt angreifen. Das ist ein bisschen übertrieben. Alle großen Streamer sind sie online am FIFA 20 streamen, ey. Sind sie richtig am durchdrehen. Nur weil die Demo heute online gekommen ist. Vor eineinhalb Stunden. Reden sie alle durch. Und ich weiß nicht immer, ob ich sie zocken soll. Ich kann nichts looten, willst du mich verarschen? Ah, da unten hat es noch ein paar. So, den werde ich looten dürfen. Oder? Jetzt bin ich wieder dran. Immer noch nicht. Wo ist der Leerwandler hin? Lol. Komm schon, gib ihm. Guck mal, die Stiefel, die ich bekommen habe. Kannst du die brauchen? Also, komm, handel mich kurz an. Dann kriegst du die. Oh. Kannst du auch eine rostbedeckte Donnerbüchse brauchen. Ich habe einen Bogen. Okay. Also, ähm. Ich folge dir ganz kurz. Weil ich werde jetzt das YouTube-Video beenden. Und ich muss unbedingt pissen gehen. Ja. Ich muss unbedingt pissen gehen. Und, äh. Also, für die, die das YouTube-Video geguckt haben, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.